hallo meine lieben ich begrüße euch ganz herzlich mal wieder zu einem neuen vlog hier bei uns ich weiß gar nicht wann ich das letzte mal am sonntag heute ist wieder freitag ich habe jetzt eine ganze woche lang nicht gefloggt mir ging es die woche leider nicht so wirklich gut die leute die mir auf instagram folgen die wissen ja bescheid ja ich habe da ein bisschen updates gegeben wie sich so ein tag bei mir anfühlt und das war jetzt somit irgendwie schon eine krasse woche wobei ich muss halt auch sagen ich habe in der woche immer gute und schlechte tage natürlich dominieren irgendwie die schlechten tage habe ich das gefühl es gibt tage da wache ich wirklich mit so einer übelkeit auf und dann weiß ich so oh no das wird ein blöder tag weil es hält sich dann halt wirklich durch den ganzen tag und dann am abend muss ich mich dann meistens übergeben aber es gibt auch tage wo ich gut aufwache und mir ist nicht so wirklich schlecht mir ist nur so ein bisschen flau im magen ich kann gut frühstücken und ich kann mich so ein bisschen ausruhen weil irgendwas machen kann ich dann auch nicht weil ich bin so müde und so schlapp den ganzen tag dass ich dann meistens nur im bett liege und mich irgendwie ausruhe von den abenden wo es mir dann nicht so gut geht und dann meistens fängt es dann so um drei vier herum an wieder dass mir wirklich ganz ganz schlecht ist ich muss immer am abend auch leider mich immer noch erbrechen also übergeben jedes mal jeden abend jetzt war das seit ich im krankenhaus seit ich aus dem krankenhaus wieder zurückkommen bin weil es jetzt jeden abend wirklich eine session auf der toilette wie sieht es jetzt sitze ich im auto oder papa ist jetzt auch schon gekommen der lüse hast du gar nichts mitgenommen gar keine weste ich hole von oben alleine ok super wir fahren jetzt kurz zu wo hin fahren wir zu einer gärtnerei ja aber vielleicht beim hofer auch muss ich mal schauen wir suchen nämlich so einen rosenstrauch oder rosenbaum mehr oder weniger und mir geht es heute gut wie man vielleicht ein bisschen erkennt also sonst könnte ich mich auch schon gar nicht wirklich melden deswegen habe ich mir gedacht komm nimmst die kamera wieder mit und ja wir gehen dann also eigentlich wollte zuerst der papa gehen und dann habe ich mir gedacht komm ich nutze es einfach ein bisschen raus zu kommen weil ich könnte mir vorstellen mir fällt die decke auf dem kopf ich werde zuhause leider schon ein bisschen depressiv ich habe schon geweint die woche mehrmals weil es mir dann einfach leider nicht so gut ging auch seelisch ich bin halt nur in diesem schlafzimmer und sehe halt nix mach halt nix mir geht es dann halt ständig schlecht und das drückt dann natürlich auch ein bisschen auf die psyche und deswegen habe ich mir gedacht komm nutzt jetzt die chance die geht es zum vormittag nicht so schlecht und aber fast ein bisschen raus wow bist du eine katze die lise hat so süße katz ohren oh wie süß auf jeden fall sind wir heute zu dritt unterwegs die kinder haben heute keine schule die michael hatte gestern schule bei der michael ist das lustig der hat immer einen tag schule einen tag nicht schule und der patrick hat so entweder am anfang der woche oder am ende der woche und ja jetzt hat niemand schule und keiner wollte sonst mitgehen deswegen fahren nur wir drei ja wir fahren und ich brauche auch noch ein paar leggings weil wenn ich irgendwo hin muss und ein paar t-shirts die länger sind weil mein bauch ist schon doch relativ gewachsen und ich habe fast nur meine kurze t-shirts so wie papas bauch ist auch schon aber ich habe xxl t-shirts gekauft somit ist mein bauch immer dann muss ich mir auch xxl t-shirts kaufen wie papa so wir sind jetzt da bei uns ist in österreich seit einer woche ungefähr oder keine maskenpflicht mehr und ja ich liebe es weil ich gerade als schwangere kriege so echt schlecht Luft unter dieser maske deswegen freue ich mich sehr darüber schau mal rein ist das ein Trabi? doch das ist ein Trabi, oder? das ist ein Trabi da hat er deine reifen Platten, gell? wieso wolltest du ein bisschen, wenn wir jetzt wegfahren? im Urlaub aha jetzt löser dein kleines Schläfchen, geh mal, weil du hast offene Schläfchen ich liebe diese Geschäfte ich weiß papa ist hier im Paradies wir bleiben aber bei dem, warum wir hergekommen sind, oder? ja weil wenn ich den papa hier loslasse, dann kommt er in ein paar stunden wo ist Pipi oh na fahre ich jetzt komm nimmst du die Kamera mit? das soll der Wurm filmen, oder? hier sind wir jetzt im Paradies angekommen, ich sag's euch, ich liebe den Duft von gelben Rosen riechen die gut oh mein Gott, doch, riech mal an der wir haben auch Rosenstrauch im Garten roten wir haben einen roten und einen pinken, oder? ja die riechen auch so gut, aber boah, der stinkt keine Ahnung riech mal den gelb ist schon schön, aber leider die Pflanze nicht so schön ich wünsche mir einen gelben das ist auch schön, oder? wie schön bist du denn überhaupt, Lisa? oh, sag mal, Lisa, riechst du es gut? wir haben das gefunden, dass ich gesucht habe schau mal, genau so hier Hochstamm riechen? riechen die? das ist nicht normal oh mein Gott, ein bisschen nach Zitrus, oder? die riechen ein bisschen nach Zitrus oh mein Gott, das ist in ihrem Paradies ich würde am liebsten alle kaufen also gelb, Prosa also ich bin jetzt nicht so dieser Gartenfanatiker aber ich liebe Rosen gut wir können uns einfach nicht entscheiden warum nehmen wir jetzt Rosen oder nehmen wir sowas, das kleiner und süßer ausschaut die Lüse ist hier im Riechparadies und das? das sieht süß aus, ja? das Hund hat danke ach zu aber ich weiß nicht, ist der Winter hart, oder nicht? da steht minus, äh, unter 5 Grad wahrscheinlich alles, was unter 5 Grad ist dann ist es nicht gut ja das heißt, im Winter muss ich ihn reinbringen ja, aber was musst du dann ausbuddeln, oder? hast du ihn dann in der Vase? eh im Topf in der Vase muss ich ihn in den Topf lassen und dann wieder reinbringen ja und sowas? das macht natürlich alles komplizierter, oder? yep so meine Lieben, mit den Rosenkauf sind wir schon längst fertig wir haben einen kleineren Stock genommen riecht der? was wir gekauft haben? halbwegs schon okay man muss eine feine Nase machen und der ist im Kupperaum wir haben jetzt noch kurz einen Halt beim Villa gemacht und haben gleich einen Snack gekauft den wird leider schon wieder ein bisschen übel und ich hasse das das ist nur so späten Nachmittag kommt es dann wieder so zurück ja, bei uns Regen ist jetzt mittlerweile wie man sehen kann und die Elfmann ist zuhause und ich hoffe, dass es mir jetzt gar nicht so schlecht wird und er hat echt keinen Bock mehr dazu wir müssen irgendwie noch ein schönes Foto machen eigentlich müssen wir zwei machen, ja, wir machen immer dass wir die bei uns noch aufräumen, oder? für mich ist es nicht so wohl heute habe ich nämlich einen Wochenwechsel also immer am Freitag und heute komme ich offiziell in die zwölfte Schwangerschaftswoche also elf plus null oder wie man sagt und ähm ja zwölfte Schwangerschaftswoche dauert wahrscheinlich so noch eins bis zwei Wochen bis dann wieder alles besser wird ich kann mich auch erinnern ich habe mir jetzt letztens übrigens alle Schwangerschafts-Updates angeschaut von der Luisa-Schwangerschaft um mich noch ein bisschen aufzufrischen wie es war mit der Übelkeit, wenn es weggegangen ist und es hat so rund um die ich glaube zwölfte, dreizehnte aufgehört mit dem Erbrechen aber die Übelkeit war eigentlich noch länger da so immer wenn ich irgendwas gegessen habe oder so was mir nicht so bekommen ist, dann war mir immer schlecht ich habe immer Kaugummi dabei gehabt, weißt du? und Traubenzucker, weil das das einzige ist, was mir so ein bisschen immer geholfen hat was? besser? nein, das ist mein T-Shirt komm, bitte gib mir das ist alles gut aus für ein Foto? ich habe mir 3-4 T-Shirts gekauft weil ich nur 1 große gehabt habe und diese gehen auch jetzt ein Stück weg da habe ich wieder noch ich habe keine T-Shirts ich habe keine Unterhose ich habe auch keine Unterhose du kannst was ist das? ich habe für dich Socken gekauft danke, ich muss heute diese anziehen was ist das? was ist das? so der Papa kocht jetzt und ich mache ein Schwangerschaftsbild also zuerst mache ich mein Schwangerschaftsbild und dann kocht der Papa und ich lege mich dann ein bisschen hin heute gibt es vegane Carbonara also ich jetzt nicht mehr also ich jetzt nicht mehr also ich jetzt nicht mehr bist du am Leben? Michel hat die Patte ausgeschickt Boah! Putz! ja, ich lege das nicht meine Stuhl dann nimm den Pif, nehm den Pif ich halte mir seine Zunge, ihr legt alles so machen wir jetzt ein Foto Pif 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 Tadaaa ich glaube das T-Shirt ist nicht so schön weil es nicht so englisch ist, oder? T-Shirt ist nicht gut ist das schön, Michel das T-Shirt Pif 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 Pate am Boden So meine Lieben, wie ich gesagt habe ich werde jetzt mit Patrick vegane Carbonara kochen immer mit Vlogs reist du kannst du in deiner normalen Stimme reden nein, ich rede eh normal immer mit Carbonara kochen ich höre dich vom Schlafzimmer aus du hörst du gut vielleicht du hörst du gut vielleicht du musst es in die Ohren was reinstoffen das Schwangerschaftsohr ich habe mir jetzt übrigens ein Stillkissen drauf beim Hofer wir waren kurz beim Hofer Blumenerde holen weil der Bauer möchte heute noch die Rosen genau einpflanzen wir haben euch noch gar nicht gezeigt bitte ausschauen die Rosen die Rosen die Rosen ja so jetzt ist auch hier der Schluss ihm braucht die Kamera für ein Foto so der Patrick hat schon angefangen unser Tofu zu schneiden normalerweise verwenden wir für das Rezept geräucherte Tofu aber diesmal probieren wir mit Oliven Tofu mmmm sieht auch lecker aus für mich überhaupt nicht und wie läuft hier in der Backstube Patrick super perfekt Michelle was treibst du hier so Hunger hast du Hunger? ja ich auch so Tofu schon geschnitten Zitrone wird gerade gefräst nicht schlecht mehr Kraft 1 2 1 2 3 4 5 6 7 Patrick die Schale brauchen wir nicht ja mehr Saft kommt nicht raus was was machen wir als nächstes was machen wir als nächstes bestimmt mehr als ein halber Esslöffel muss ich ein das ist viel mehr als ein halber Esslöffel ist egal ein bisschen Saar ist nicht schlecht Saar macht lustig ok die Mama lasst mich nicht filmen wie soll man so kochen komm der Paprik schreibt ein bisschen ein paar Esslöffel und dann Fitrone pressen komm 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 immer die Mama komm mach das Ponto ich muss mich hinlegen schon wieder ich auch bin auch schon kaputt komm du machst mich kaputt du machst mich kaputt du machst mich kaputt ich mach mal das jetzt warte ich muss es bis nächstes mal jetzt muss man Time Out Foto schließlich beendet jetzt bin ich wieder in meiner Cucina mit Patrick Patrick du musst alle ganze Überleg machen ich hab mega Hunger 3 Millionen und was machst du meine kleine Minion Lara kann ich denn beiße morgens nicht von muss ich warte nicht nee ich warte 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 Na gut, noch, noch? Passt? Pronto. Alles hier rein. Knoblauch haben wir auch reingegeben. Was kommt jetzt rein? Das Katnusspuder. Wie viel? Eine Messerspitze. Das war eine Messerspitze. Schmeckt man nicht. Ja, so schlecht kann auch nicht sein, oder? Wie viel? Zwei Blätter. Was sind die Blätter? Ingehakt. Also Salbei riecht so lecker, man kriegt richtig Hunger. Der Patrik Salz setzt gerade das Essen. Und Pfeffer und Tattoo. Ja! Ja! Willst du sie mischen, oder? Ja. Weil die vermischt ist. Hä? Die vermischt. Wie? Dann filme du mich, und ich zeig dir, ob es wieder geht. Ja. So, wir machen gerade eine Kostprobe. So lecker sieht sie schon aus, also muss man schon sagen. Schauen wir mal, ob das überhaupt schmeckt. Das ist zu wenig Salz rein. Extrem wenig. Das ist halt ins Korn, oder? Kornelwasser oder da rein? Allgemein. Schmeckt nach nichts. Patrik macht eine Kostprobe. Schmeckt gut, oder? Mhm. So, Patrik's Essen schmeckt... Kacke? Na, kacke nicht. Na, schmeckt echt gut, also... Schmeckt gut, sagen wir so. Vielleicht nächstes Mal klappt das besser. Aber man kann essen, also... Schauen wir mal. Schauen wir mal. Richtig. Na, haste gut gemacht. Ich glaube, wir hätten lieber beim Geräusch heute Tofu bleiben müssen. Mit Oliven Tofu. Total falsch. Ja. Nicht schlecht. Na gut. Wir essen weiter. Und ich melde mich dann wieder, wenn ich noch am Leben bin. Kein Nachbar da. Kein Nachbar da. Ich kann da flogen. So, meine Lieben, ihr habt die Spaghetti gegessen. Hat gar nicht so schlecht geschmeckt, muss ich sagen. Und jetzt bin ich draußen, weil ich unsere Rosen einpflanzen will. Und, ähm... Könnt ihr zuschauen. Hier da unten war genauso wie da oben. Und jetzt schaut dann so aus. Und das Gleiche will ich auch machen, aber... Ich bin nachfam. Ich bin nachfam. Ich stelle mir mal, weil es stinkt. Ich bin nachfam. Ich bin nachfam. Ich bin nachfam. Ich bin nachfam. Du kannst den Deckel aufmachen und dann offen lassen. Lass offen. Ja, genau. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig mit unseren Rosen. Ich habe sie gerade eingefranzt. Und ich zeige euch, wie es aussieht. Also, mir gefällt es sehr. Jetzt muss ich nur gießen. Also, von der Farbe her, schaut wirklich sehr schön aus. So, meine Lieben, ich habe mir gedacht, ich würde den Vlog beenden. Der Baba hat euch ja noch ordentlich mitgenommen. Und ich liege im Bett, wie ihr seht. Es ist, glaube ich, 20 Uhr, oder? Genau, 20 Uhr. Bei mir ist schon Schlafenszeit. Ich schlafe ja immer so pünktlich um 9 Uhr ein. Mir geht es ein bisschen schlecht, aber mir ist nicht so schlimm schlecht. Einmal war ich schon auf der Toilette, aber nicht... Also, es ist eigentlich noch wenig, weil die letzten Tage davor war ich öfter. Das heißt, es wird immer besser. Mir ist trotzdem ein bisschen flau im Magen. Ja, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Danke euch fürs Zuschauen. Und ich versuche euch dann die nächsten Tage immer öfter mitzunehmen, weil es mir dann wieder besser geht und man muss ja auch ein bisschen Normalität wieder einführen. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn ihr den Daumen nach oben gebt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.